Gibt es bei dir vor der Schule auch oft so Verkehrschaos, weil manche von ihren Eltern direkt vor die Tür gefahren werden? In Nordrhein-Westfalen kann das jetzt eingeschränkt werden. Das NRW-Verkehrsministerium findet, durch Elterntaxis gibt es zu oft gefährliche Situationen vor den Schulen. Deshalb können die Städte, Gemeinden und Kreise jetzt, wenn sie wollen, leichter etwas gegen die ganzen Autos machen. Sie können die Straßen vor deiner Schule zu bestimmten Zeiten für sie sperren, zum Beispiel durch Schilder oder durch Hütchen. Sind Elterntaxis ein Problem bei dir?